Willkommen im Himmel, Sie sind... Wasse? Was soll das? Äh, tot. Soll das ein Witz sein? Äh, nein, ich fürchte, wir nehmen die Sache ziemlich ernst. Unglaublich nicht. Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach. Nein, das ist der Lauf des Lebens, aber ich habe auch gute Nachrichten. Robert! Schreien Sie doch nicht so. Schrei ich? Oder schreie ich nicht? Und du sagst mir nichts? Aber ich bin Petrus und... Nein, du bist kein Petrus für mich. Du lernst von mir. Warum sind Sie so gemein? Ach, komm Petrus, ich habe Sie doch nur verarscht. Ich bin Jesus. Oh mein Gott, wirklich? Nein, du dumme Sau. Ich bin besser. Er ist zu gut. Und du, vor deinem Bildschirm, du faules Pack. Und jetzt hat er die vierte Wand durchbrochen. Glaubst du nicht, ich sehe nicht, dass du nicht folgst? Bande von Idioten!